Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Botschaft. Schalten Sie nicht ab, erheben Sie sich, stehen Sie endlich auf. Steh auf, hör auf dich zu bücken und heb endlich dein Haupt, also steh auf, schlech den Mittelfinger raus und zeig danach die Faust. Ja, wir müssen etwas ändern, aber es müssen wir verstehen, wir können nur etwas ändern, wenn wir es auch anders leben. Uns auf Lehnen gegen Regeln, die sie uns einfach geben und somit ändern wir dann uns und unser Leben und dann das System. Sie wollen uns klein halten, klein machen, wollen, dass wir einschlafen in unserem Kleingarten und niemals aufwachen, Kinder nach deinem Frieren. Ja, sie wollen dich und sie wollen auch dein Kleinen hier nehmen. Hebe deine Hand, steh auf, hör auf dich zu bücken und heb endlich dein Haupt, also steh auf, schlech den Mittelfinger raus und zeig danach die Faust. Ihr wollt kämpfen, ihr solltet denken, ihr solltet eure Gedanken mal in richtige Bahnen lenken, denn sie sagen uns noch Krise hier, Krise da. Schau ich mal genauer hin, dieses Jahr, letztes Jahr, was es war. Ich spiel nicht länger euer Spiel mit, denn ihr spielt mit Leben, doch das Leben ist kein Spiel, nicht. Für die einen ist es Infokrieg, doch für mich nur eine Art und Weise, wie ich meine Infos krieg. Steh auf, hör auf dich zu bücken und heb endlich dein Haupt, also steh auf, schlech den Mittelfinger raus und zeig danach die Faust. Ja, ich geb nicht viel auf links, auf rechts, auf groß, auf klein, auf schwarz, auf weiß, denn für mich sind alle Menschen gleich. Und ich sag es hier jetzt zum Verständnis, ihr erkennt mich an meiner Gewaltfreiheit. Zwei kann niemals eine Lösung sein, doch da draußen muss doch irgendwer der Böse sein. Seht es ein, wenn ich es nicht bin und ihr es nicht seid. Hier ist dein Gutschein für die Freiheit, also löse ihn ein. Steh auf, hör auf dich zu bücken und heb endlich dein Haupt, also steh auf, schlech den Mittelfinger raus und zeig danach die Faust. Steh auf, hör auf dich zu bücken und weg. Steh auf, hör auf dich zu bücken und weg. Steh auf, hör auf dich zu bücken und weg. Wo kommst du her, 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 her? Wo willst du hin, her, her? Wer willst du sein? Freiwillig, frei, 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 frei. Alle reden jetzt davon, denn sie kennen uns ja. Alles was ich sage für die Ewigkeit bleibt. Wieso reg ich mich nur tagtäglich auf? Mach Rechnungen generell nur nachträglich auf. Wieso reiß ich mir den Arsch täglich auf? Ich sitze drauf, weil ich den Arsch täglich brauch. Wieso regelt sich mein Leben nicht von selbst? Wieso regelt sich mein Leben nicht von selbst? Wieso regelt sich mein Leben nicht von selbst? Wieso will ich den Arsch täglich auf? Ich kann mich mit mir nach in Libern nicht von selbst. Vielen Dank.